Wir sind wieder da mit Book Deluxe und heute mit dem Bestseller-Autor Jan Weiler. Herzlich willkommen. Morgen, hallo. Guten Morgen. Oh, was für eine schnurrige Stimme. Guten Morgen. Toll, ne? Ja. Ich hoffe, dass ich das 30 Minuten durchhalte. Ich bin mir sicher, dass du auch das schaffst. Ja, du nimmst mich und uns vielleicht gleich mit bei Elternzeit zu einer Reise, zu einem für uns beide nicht mehr so ganz unbekannten Planeten ohne Rückfahrschein, nämlich dass Eltern werden, älter werden. Ja. Genau. Wie beginnt denn diese Reise? Na, die beginnt damit, dass die Kinder, speziell jetzt zuletzt mein Sohn, irgendwann verkünden, es ist Zeit. Ich ziehe aus. Ich gehe. Dieser schlimme Satz, auf den wir irgendwie theoretisch vorbereitet sind, der sich ja am Horizont schon ein wenig andeutet. Aber wenn er dann ausgesprochen wird, dieser Satz. Es war ja schon vor 20 Jahren klar, dass das irgendwann mal passiert. Aber das ist ähnlich wie mit Winterreifen. Man macht die ja auch erst drauf, wenn es heftig geschneit hat. Und so ist das mit dieser Ankündigung auch. Die sagen dann irgendwann, ich gehe, ich suche eine Wohnung, ich will in eine WG ziehen oder sonst was. Schlimme Sätze, die du gerade aussprichst. Meine sind noch kurz davor, aber gar nicht. Ja, 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 aber das kommt dann und dann wird einem schlagartig klar, jetzt wird alles anders oder das meiste jedenfalls. Aber was wird anders? Für viele kann das ja auch ein Lebensabschnitt sein, wo sie dann sagen, jetzt drehe ich auf, jetzt hole ich mir praktisch meine Zeitfenster zurück, die wir alle in muffigen Sporthallen oder an Fußballplätzen verbracht haben. Das ist so typabhängig. Manche machen das. Es gibt ja auch diese Ikea-Werbung, wo die Eltern sich wahnsinnig freuen, dass die Kinder wechseln, damit sie das Zimmer endlich richtig einrichten können. Das ist, wie gesagt, eine Typfrage. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich finde das einfach wahnsinnig traurig. Man muss das natürlich akzeptieren, ist ja klar. Also du hast ihm nicht den Nick an einen Heizkörper gedacht und du kannst jetzt nicht drüber reden. Nein, nein, nein. Der ist nicht gefesselt zu Hause mit so einem Eimer Popcorn und fünf Liter Cola, bis ich wieder da bin, sondern tatsächlich, das Buch ist ja schon ein paar Wochen draußen. Inzwischen ist er weg. Ich fange gleich an zu weinen. Ich muss wirklich auch sagen, du dachtest auch nicht, dass du so ein Typ bist, dem es schwerfallen würde? Ja, ja, genau. Ich habe so gedacht, naja, das ist ja super, mehr Zeit für mich. Aber es ist dann wirklich irrsinnig traurig. Also man merkt es zum Beispiel schon mal beim Einkaufen. Man kauft ja nur noch für sich selber einen. Wie so ein alleindebender Rentner mit so einem kleinen Körbchen, du brauchst gar keinen Wagen. Ja, ja, genau. Und ich habe sonst immer Wocheneinkäufe gemacht, weil der so spezielle Getränkewünsche hatte, die man so kistenweise dann vorhalten musste. Und so bestimmte Chips und einen bestimmten Joghurt und bestimmten Dings und so. Man weiß eigentlich genau, welches Familienmitglied was macht. Und du gehst so durch den Supermarkt und greifst die Dinge. Ganz genau. Und das fällt halt weg. Und die Täreinkäufe sind so mini klein, was natürlich wahnsinnig furchtbar ist. Und das Zweite, was ganz Schlimmes ist, Wäsche waschen. Es ist ja nur noch mein Zeug da. Und jetzt merke ich erst, wie viele Socken der Mann eigentlich verbraucht hat. Also weil deine Tochter auch ausgezogen ist, du dich von deiner Frau räumlich getrennt hast. Die ist schon länger weg, die Tochter. Ein Etappenweise Abschiede waren das ja. Ja, ja, ganz genau. Also erst haben wir den Haushalt aufgeteilt und getrennt. Und dann die Jungs und eine Mädchen-WG. Beide in Schwabing in München. Dann ist die Tochter ausgezogen. Jetzt bügelst du deine Unterhosen alleine, wäscht alles alleine, kaufst für dich alleine ein. Und die Spannkraft lässt nach. Also ich bin ja so ein fanatischer Bügler immer gewesen. Und vor allen Dingen, weil ich es schier nicht ertragen konnte, wenn seine Boxershorts, so ich finde ja Boxershorts muss man bügeln, das ist halt so. Ich bin auch im Team Boxershorts. Sind die aber nicht mehr da. Und jetzt fange ich auch an, mit meinen eigenen Sachen nachlässiger zu sein. Also der Grad der Verwahrlosung, möchtest du, dass Freunde dich informieren und dir einen Hinweis geben? Früher hattest du diesen stoppeligen Drei-Tage-Bad nicht. Könnte das auch ein Anzeichen sein? Nee, aber ich glaube, sobald ich anfange, mit dem Bademantel einkaufen zu gehen, dann bitte ich darum, dass Menschen mich einfach ohne weitere, also ohne mich weiter anzusprechen, einfach erschießen. Also das wäre mir zu drastisch, da würde uns ja literarisch auch einiges fehlen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Output, da würde ich warten. Also ich würde dich erstmal nach Hause begleiten. Also es könnte ja auch ein Buch sein, Elternzeit, was Eltern mit Kindern, die jetzt noch sehr viele Stunden am Spielplatz verbringen oder wo wir stolz darauf waren, dass die Kinder ihren kleinen Rucksack in der Kita an den richtigen Hasen oder richtigen Bären gehängt haben, um sie vorzubereiten. Warum hilft die Vorbereitung nicht? Wir haben das doch auch gehört von anderen Eltern. Ja, die Vorbereitung hilft deswegen nicht, weil man im Alltag mit ganz anderen Dingen konfrontiert ist. Man hat einfach andere Dinge zu tun. Also mit dem richtigen Tonbeutel am Hasen und nicht am Igel und so. Das sind halt Dinge, die uns massiv beschäftigen. Auch zum Beispiel, wie bekommt man Reiswaffelzement aus dem Auto? Das sind ja alles so Sachen, die jahrelang eine große Rolle spielen. Auch zum Elternabend gehen, finde ich, ist ja wie Speeddating. Man sitzt so eine Viertelstunde jemandem gegenüber und hofft, dass man ihn nie wieder sieht. Und man hat deswegen so viel zu tun. Außer du hebst im falschen Moment den Arm und sagst, okay, ich mache den Elternabend. Ja, genau. Ich mache das Protokoll. Das ist das Allerschlimmste. Protokoll beim Elternabend. Nein, Protokoll ist noch gut. Das hast du ja schnell runtergeschrieben. Aber dann hast du nicht die Anrufe der Eltern, wenn es Probleme gibt zwischen Kevin und Marvin. Dann rufen die an. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe mich nicht gemeldet und so. Also ich habe das ein, zwei Mal gemacht. Das war der Albtraum. Und das nimmt halt so viel Raum ein, dass man sich natürlich nicht damit beschäftigt, was in zwölf Jahren mal ist. Aber wir haben doch sonst auch ein ganz gesundes Verhältnis für die Zeit. Also wir können das ja beruflich. Wie lange brauchst du, um einen neuen Roman zu schreiben? Wann läuft eine Beziehung gut? Wie laufen Verträge berufliche? Wir haben doch sonst auch ein ganz gutes Zeitmanagement und ein Gefühl für Zeit. Und hier beim Größerwerden, Flügelausbreiten unserer Kinder scheinen wir die irgendwie zu verlieren. Gerade standen wir noch im Kreißsaal und hielten das kleine Bündel in der Hand. Und dann ist die Kita-Zeit und schon sagen sie diesen Satz zu dir, Papa, ich ziehe aus. Das stimmt mit unserem Zeitgefühl in diesem Zusammenhang nicht. Ach, ich weiß nicht, ob das Zeitgefühl da uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ich glaube eher, es ist halt eben dieses schöne Empfinden von Zusammensein, dass einen vergessen lässt, dass das irgendwann mal aufhört. Klar hat man dann, wenn ich meinen Sohn, wenn ich den jetzt sehe, dann denke ich mir, ich habe dem vorgestern noch Schwimmflügelchen angezogen. Und jetzt steht da so ein bemuskelter, gut aussehender junger Mann vor mir, den ich gar nicht mit diesem kleinen blonden Kerlchen in Zusammenhang bringe. Also die Bilder passen nicht mehr. Die Bilder passen nicht mehr, klar. Also auch wenn man diskutiert, wenn ich mit meiner Tochter diskutiere, der ich nicht vogue genug bin, also für eine irrsinnige Debatte. Nenn ein Beispiel. Also wo bist du ihr aus der Zeit gefallen? Naja, zum Beispiel in der Beurteilung von, was ist denn zum Beispiel ausländerfeindlich oder rassistisch. Ich finde, man kann natürlich über nationale Stereotypen mal einen Witz machen. Auf der ganzen Welt wird über die Deutschen gelacht. Es gibt, glaube ich, wenn man nach Südamerika fährt, gibt es Leute, die, da brauchst du nur zu sagen, du bist aus Deutschland, die Leute fangen an zu lachen. Weil die uns irgendwie ulkig finden. Und dann gab es bei uns in der Nachbarschaft, da gibt es immer die Post in irgendwelchen Schreibwarengeschäften oder so. Irgendjemand muss dann leider auch immer die Post machen. Und da gab es neue Betreiber, das waren Türken. Und dann bin ich da rein und habe mich mit dem Typ unterhalten, habe ich ihn gefragt, was er vorher gemacht hat. Und dann sagte er, er hat einen Dönerladen. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, okay, dann hätte ich jetzt gerne 10 Briefmarken auf 85 Cent, ohne Schaf, aber mit Zwiebeln. Und der hat sich kaputt gelacht. Also er und seine Kumpels da hinter der Theke, die fanden das echt lustig. Und dann habe ich das meiner Tochter erzählt und die ist richtig sauer geworden. Okay, also die hätte natürlich mein Lachen jetzt auch anders beurteilt. Ja, 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 ja. Die fand das das Letzte. Und ich finde, in den Diskussionen mit ihr wird mir immer klar, das ist echt eine andere Generation. Ich akzeptiere das auch, dass die das nicht lustig findet. Also da gibt es ja nicht, worüber willst du dich da streiten. Aber ich kann ja deswegen mein Verhalten nicht darauf einstellen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie eine Banane will. Und habe aber gefragt, hast du Lust auf eine Dschungelwurst? Und dann sagte sie, das ist eine toxisch-kolonialistische Beschreibung von etwas. Und das würde der frugalen Situation in der dritten Welt nicht gerecht. Und es würde Veganer diffamieren. Und ich soll nicht mehr Frau sagen. Sondern? Person mit Uterus. Beziehungsweise Person ohne Uterus. Okay, da ist sie natürlich schon sehr, sehr weit. Und das ist ja auch die Frage, bei einigen Aspekten entwickeln wir uns ja auch mit. Und gehen ja auch mit. Es ist ja nicht so, nur weil wir Eltern sind, sind wir statisch und können ja auch mitgehen. Man kann was lernen. Also ich habe zum Beispiel in dieser Gender-Diskussion auch dazugelernt. Also ich gendere zwar nicht, weil ich es sprachlich ablehne. Aber ich bin insofern viel sprachsensibler als früher, als ich heute die männlichen und weiblichen Formen beide ausdekliniere. Also ich sage dann Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wo ich früher Rechtsanwälte gesagt hätte. Also da kann man ja auch für die Anregung und für das Schubsen innerhalb der Familie, das Wachrütteln dann ja auch, ganz dankbar ist vielleicht das falsche Wort, aber zu sagen, dann gehe ich auch diesen Weg dann tatsächlich mit. Aber das heißt, der Blick der jüngeren Generation ändert sich auf die Eltern ganz eindeutig. Aber das ist ja nicht immer nur ein wohlwollender Blick. Es ist ja ein kritischer Blick. Es kann ja ein abfälliger, ein sorgenvoller Blick sein. Wie ist der Blick der Kinder dann auf uns, wenn wir zurückbleiben und die Boxershorts bügeln? Am Ende mitleidig oder so. Ich weiß es nicht. Kommt noch. Also im Moment ist er kritisch. Der ist natürlich auch wohlwollend. Also die findet ja nicht alles doof, was ich mache. Im Gegenteil. Aber sie ist natürlich kritisch. Und wenn ich zu Hause rumrenne und da arbeite in meinem Schluffi. Nee, nicht Bademantel. Aber ich habe dann gerne so bequemere Sachen an, wenn ich da rumschreibe. Und dann kommt sie irgendwie zu Besuch oder will mir irgendwas vorbeibringen oder ein bisschen quatschen und kommt zum Kaffee trinken oder so. Und dann mache ich die Tür auf und dann sagt die als allererstes, wie läufst du eigentlich rum? Das ist doch der Satz, den wir häufig sagen. Also es gibt genau die Umkehrung des Blickes. Vor zehn Jahren war das mal anders. Aber sie war schon immer sehr streng und sehr schlagfertig. Die hat mal, als sie fünf war oder vier, da habe ich sie mal zum Kindergarten gebracht und sie aß ein Käsebrot und ich habe da irgendwas zu ihr gesagt. Und dann hat sie da so mit vollem Mund vor sich rumgebrabbelt und ich sage zu ihr, bitte nicht mit vollem Mund sprechen. Und dann sagt sie zu mir, dann frag mich nichts, wenn ich gerade esse. Das ist aber schon sehr gut für eine Vierjährige. Ja, 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 die hat auch einmal, einmal, da war sie auch in dem Alter, da hat sie, da habe ich so typischer Vater-Tochter, verbaler Konflikt. Und ich sage irgendwann, ich möchte nicht, dass du immer das letzte Wort hast. Und dann sagt sie zu mir, woher soll ich denn wissen, dass dir nichts mehr einfällt? Also eine wache Tochter, eine schlagfertige Tochter und trotzdem bleibt ja auch lesend bei Elternzeit so dieses Gefühl, warum kann ich alles so bleiben, wie es ist? Die Stopptaste drücken in einer Familie, das muss man ja auch sagen, wenn man sich zusammen wohl gefühlt hat in der Gemeinschaft. Wir reden jetzt nicht von Familien, wo Gewalt ist, wo ein rauer Ton herrscht und wo man nicht glücklich ist, wenn man die Haustür aufschließt und seine Mitbewohner sieht. Aber das, warum müssen die eigentlich ausziehen, warum kann ich alles so bleiben, wie es ist? Weil es bei uns auch nicht so war. Wir sind ja auch irgendwann abgehauen. Bist du einer, der früh weg wollte? Oder warst du ein Nesthocker? Naja, es ist schwer zu sagen, man sagt heute, im Durchschnitt zieht der Deutsche mit 24 aus. Das wäre für mich damals extrem spät gewesen. Ich wollte gleich ganz früh und ganz schnell weg. Also ich bin ausgezogen mit 23. Also mein Sohn ist jetzt mit 20 ausgezogen, meine Tochter glaube ich mit 21. Die sind also so ein bisschen statistisch drunter. Aber es gibt zum Beispiel Länder, zum Beispiel in Italien ist es erst mit 32 im Durchschnitt. Gut, das kann aber auch daran liegen, dass die eine hohe Jugendarbeitslosigkeitquote haben und man es sich einfach nicht leisten kann, dann auszuziehen. Das ist ja in Spanien und Portugal auch so. Und dann immer noch mit den Schwiegereltern unter einem Dach zu wohnen, kann natürlich auch schwierig sein. Stellst du denn fest, und das machst du ja immer, bevor du anfängst zu schreiben, vielleicht auch die Fühle auszustrecken im Freundes- und Bekanntenkreis. Es gibt einen Unterschied beim Abnabeln und Abkoppeln von den Kindern bei den Müttern und bei den Vätern. Wie war das bei euch? Bei uns war es so, dass meine Frau das immer alles super fand. Und deswegen ist die auch so gut gelaunt auf dem Bild. Die fand das immer alles super, die hat das immer alles unterstützt, die findet auch klasse, wenn die Kinder sich tätowieren lassen und so. Und ich war immer ein bisschen, also ich glaube, ich bin so strukturkonservativer als die. Mir hat das immer ein bisschen Angst gemacht und dann kommen die unter die Räder und dann passiert irgendwas und so. Es fängt mit dem Tattoo an, aber es zieht sehr viel nach für dich dann, ja? Ja, also dieses Tätowierthema war eine Zeit lang riesengroß bei uns, weil die sich ununterbrauchend irgendwo tätowieren lassen. Und in der Corona-Zeit kaufte sich dann irgendeiner von den Freunden bei Amazon für 49 Euro so eine Tätowiermaschine. Und dann haben die sich immer so gegenseitig vollgekrakelt. Das ist sehr ein beliebter Style, heißt Ignorance-Style und die kakeln sich so voll. Und dann sagst du zu deinem Sohn, aber weißt du eigentlich, wie scheiße das später mal aussieht? Und dann sagt er, ist hier gar nichts, ich sehe später eh scheiße aus. Und dieses in der Gegenwart leben kann ich nicht so gut. Also einfach zu sagen, das ist jetzt und so wie es jetzt ist es gut und was später mal ist, da habe ich keinen Einfluss drauf, das weiß ich nicht. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Haltung. Die haben heute das Problem. Aber es gelingt dir dann ja nicht, sie anzunehmen oder es zu übernehmen. Also da bist du ja gefangen in deiner eigenen Struktur. Ja, ja. Also ich versuche das aber. Ich versuche das, gebe mir damit echt Mühe, weil sie Recht haben. Also mit der Stimme gelingt dir das schon sehr gut. Die scheint jetzt richtig angekommen zu sein. Die Stimme ist total jetzt. Nein, was ich sagen wollte ist, die haben eine schwere Zukunft vor sich. Und so wie wir früher Zukunft gesehen haben, dass alles verhältnismäßig gut überblickbar war und dann mache ich das und dann wird dies passieren und dann das und so. Das haben die nicht. Denen wird ununterbrochen gesagt, ihr werdet den Lebensstandard der Eltern nicht mehr erreichen. Denen wird immer gesagt, ihr müsst flexibel sein, ihr müsst überall da hinziehen, wo es ein Praktikum gibt oder so. Die haben das Klimaproblem. Die haben auf lange Sicht dieses Flüchtlings- und Migrations- und Völkerwanderungsproblem, das es nun mal auf der Erde gibt. Das heißt, die sehen völlig anders in die Zukunft als wir. Und da machen die sich, dann sagen die, Entschuldigung, wir haben diese Zukunft vor uns und dann soll ich mir ernsthaft darüber Gedanken machen, wie mein Tattoo in 25 Jahren aussieht. Das ist nun wirklich das geringste Problem. Und deswegen finde ich deren Haltung zu sagen, ich lebe jetzt und ich will jetzt diese Work-Life-Balance. Ich mache mich da nicht mehr tot. Aber das gelingt dir dann ja auch, die Brücke zu schlagen und die Welt mit ihrem Blick oder aus ihren Fenstern zu sehen, aus ihrer jetzigen Lebenssituation. Ich glaube nicht, dass das so vielen Eltern dann tatsächlich auch gelingt, dass sie sich bemühen, diese andere Perspektive einzunehmen. Das kann sein. Das hat bei mir ja auch mit dem Beruf zu tun. Ihr müsst es ja. Also dadurch, dass ich diese Geschichten jede Woche schreibe. Ich habe jetzt die 860. Folge geschrieben. Unglaublich. Dadurch, dass ich mich damit beruflich... Springst du immer in den Perspektiven. Ja, muss ich diese Perspektive verstehen. Wenn ich jetzt angenommen, ich wäre jetzt Hauptabteilungsleiter in irgendeinem Pharmakonzern, würde ich das vielleicht nicht... Weniger können. Du hättest vielleicht ein anderes Verhältnis zu deinem Medikamentenschrank. Aber so ist es natürlich spannender. Eltern sein bedeutet Chaos. Sportnachmittage in stickigen Hallen, die Einsamkeit mit dem erbrochenen Kinderkrankheit, nie enden wollende Elternabende oder Kindergeburtstage. Und kannst du dich denn noch erinnern, dass du vielleicht auch deine Mutter angerufen hast? Wie war das eigentlich, als ich ausgezogen bin, dass du deine Eltern befragt hast? Ja, wir haben darüber gesprochen. Weil nach dem Lesen von Elternzeit habe ich mich bei meiner Mutter gemeldet. Viel ist dir eigentlich schwer. Ja, wir haben darüber gesprochen. Ich war der Letzte, der ausgezogen ist. Von? Von drei Söhnen. Ich war der Letzte, der ausgezogen ist. Und ich wollte ein Jahr früher ausziehen, weil ein Freund von mir mir angeboten hat, ich kann bei ihm einziehen und wir machen dann so WG-mäßig. Und das war meiner Mutter zu früh. Und sie hat heftig dagegen intrigiert. Und sie hat es mir nicht verboten. Sie hätte es mir gar nicht verboten können. Aber sie hat so schlechte Stimmung verbreitet deswegen, dass ich das dann erstmal aufgeschoben habe. Und das war, glaube ich, für meine Mutter hart, als ich dann als Letzter gegangen bin. Mein Vater war da cooler. Klar, beim Ersten und Zweiten ist es vielleicht noch anders, weil man wusste immer, das Nesthäkchen ist dann doch noch da. Gibt es denn jetzt eine Anschlussverwendung für dich? Naja, also es gibt klar... Also die Skills, die wir ja alle mal gelernt haben als Eltern, von denen man ja im Supermarkt manchmal jungen Familien zurufen möchte. Ich habe auch zwei Kinder erzogen. Ich weiß, wie das ist. Sind die noch gefragt? Naja, die sind hier und da schon gefragt. Und dann greife ich beratend ein und... Ungefragt, aber nicht ungefragt. Nicht ungefragt. Nee, nee, das meine ich. Und stehe zur Verfügung als, wie nennt man das, als Senior Advising Executive Officer. Aber ich mache mich da, ich nehme mich da immer ein bisschen zurück, weil ich glaube, dass ich in der Kindheit meiner Kinder kein Supervater war. Also ich war auch echt zu viel weg. Und wir haben dann die ganze Schulausbildung an so eine Montessori-Schule ausgelagert. Natürlich unverzeihlicher Fehler gewesen, weil wenn die Kinder zu Hause keine Struktur kriegen, kriegen sie es dort erst recht nicht. Und ich habe gedacht, das wäre alles easy, weil da gibt es keine Noten. Aber die Probleme gibt es dann in der Oberstufe, wenn dann tatsächlich Leistungsabfragen an die Regelschule sozusagen angeglichen werden. Und Begegnung mit Leistung und Abgleich werden sie ja immer wieder haben. Und dann wird es eine heftige Paukschule. Also der Spaß ist dann ab der 11. vorbei. Und das war uns natürlich überhaupt nicht klar. Wir hatten immer unglaublich gut gelaunte Kinder, weil die nie Hausaufgaben auf hatten. Und wir waren auch immer gut gelaunt, weil wir... Den Stress nicht hatten, Hausaufgaben zu fragen, ob ihr sie gemacht habt. Ja, da hat nie einer geheult oder so. Wir fanden das natürlich großartig. Und ich war dann auch viel auf Lesereise oder irgendwo anders und fand das immer großartig. Aber es hat am Ende nicht zu extraterrestrischen Abschlussnoten geführt. Aber eine Anschlussverwendung als Eltern, wenn dann irgendwann die Tätigkeit auf jeden Fall mit dem Zusammenleben ja abgeschlossen ist, braucht man die eigentlich? Also viele sagen ja, wenn die Kinder dann ausziehen, dann baue ich das Hochbeet oder du schraubst vielleicht einen Oldtimer rum oder sonstige Dinge. Gibt es dann so eine Art Ersatzhandlung? Bei mir nicht. Also bei mir geht einfach alles immer so weiter. Also ich muss dann eben gucken, wo die Themen herkommen. Aber du merkst schon, da kommt keiner mehr nach Hause und die Freunde der Freunde kommen auch nicht mehr nach Hause. Naja, das ist ein bisschen hart, klar. Also der ist sonst manchmal um 10 oder um 11 nach Hause gekommen und dann habe ich noch ein Bier getrunken, mit Gämmen gespielt und ein bisschen gequatscht. Das fehlt weg. Und das fehlt weg. Also auch zum Beispiel diese, der phänomenale Gags. Also wir stehen in der Küche nebeneinander, ich mache so Salat. Er steht neben mir und sagt total ernst zu mir. Sag mal Papa, ich habe mal eine Frage. Was macht man eigentlich mit diesem weißen Gummiball, der immer noch in der Tüte ist, weil man den Mozzarella getrunken hat? Was? Die ist super. Und macht wahnsinnig gut. Der ist von deinem Sohn, der ist nicht von dir. Der ist von meinem Sohn. So wie du das Wurstwasser austrinken würdest, aus so einer Dose mit Bockwürstchen hat der das Mozzarella-Wasser getrunken. Nein, er hat es nur behauptet. Er hat es natürlich nicht gemacht. Er wollte halt einen Gag machen und das fällt weg. Und ich profitiere davon, wenn er mal vorbeikommt zum Duschen. Er duscht komischerweise gerne bei mir. Ich weiß nicht warum, aber er duscht gerne bei mir. Und kommt dafür extra vorbei. Vielleicht, weil du die Rechnung bezahlt hast und die gehen nicht für das Wasser. Aber ändern sich Machtverhältnisse zwischen Kinder und Eltern? Oder magst du das Wort Macht nicht? Nee, mag das Wort Macht nicht. Ich habe ja keine Macht, über die bloß, weil ich die Krankenversicherung immer noch bezahle. Das fände ich auch eine komische Haltung. Also wenn man jetzt sagen würde, ich erwarte von dir, dass du das und das machst, schließlich bezahle ich ja deine Krankenversicherung. Solange du deine Füße noch unter... Da muss ich sagen, waren meine Eltern auch total gut. Die haben uns drei Jungs einfach machen lassen. Und dann gab es irgendeinen Punkt nach der Ausbildung, nachdem ich fertig war mit der Journalistenschule, angefangen habe zu arbeiten, rief mein Vater mich an und sagte so, jetzt nachdem du deinen ersten Arbeitsvertrag beim Süddeutschen Verlag unterschrieben hast, muss ich dir mitteilen... Dass die Zahlung eingesteht wird. Und das war vollkommen okay so. Und die waren da sehr klar und sehr gut. Und ich versuche das auch zu sein. Und die wissen, solange die irgendwie in Ausbildung sind, kriegen die das auch bezahlt. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es dann auch vorbei. Und dann ist es gut. Und dann kann ich dieses unglaubliche Geld für andere schöne Dinge ausgeben. Ich bin gespannt, was dein Guilty Pleasure dann tatsächlich sein wird. Aber es wird dann ja schon still. Also so wie wir es gerade erwähnt haben, die Kinder bringen Freunde mit und man hat all den Trubel, den man so mit Kindern hat. Aber wie läuft dann der Kontakt? Also melden die sich oder bist du der Papa, der regelmäßig fragt, was machst du, wo bist du? Heikle Frage. Heikle Frage. Keine Nummer unter diesem Anschluss. Ich glaube, der folgende Satz, der ist, glaube ich, in deutschen Familien schon milliardenfach gefallen. Du meldest dich nur, wenn du was brauchst. Also sie melden sich nur, wenn sie was brauchen. Das ist auch total okay. Also ich habe auch darüber mal mit meiner Mutter vor ein paar Monaten mal geredet. Und dann sagte die, ja, das ist bei euch auch so gewesen. Ist auch so gewesen. Also da war dann erst mal Funkstille und man hat sich gedacht, okay, no news is good news. Und die melden sich halt, wenn irgendwas nicht klappt und wenn irgendwas schief läuft oder wenn wirklich finanziell, wenn es dann wirklich klemmt oder so. Und das ist total okay. Hat es irgendeinen Vorteil? Also weil wir beide ja feststellen, die Sentimentalität wächst auch in der Erinnerung an all die schönen Schwimmflügelchen und all diese Brotboxen, die man dann vielleicht auch fertig gemacht hat. Aber gibt es einen Vorteil, wenn die Kinder groß sind, außer dass der Rolf-Sukowski-Terror aufhört, endet? Naja, klar, es gibt schon natürlich, gibt es Vorteile. Also ich kann in meiner Bude machen, was ich will. Ich muss ja auch keine Rücksicht mehr nehmen auf den. Und ich kann lange weg sein oder mit wem weg sein, mit wem ich will. Das geht dir ja auch nichts an, was ich mit meinem Privatleben veranstalte und mit wem ich ausgehe oder wer bei mir übernachtet oder was auch immer. Das wäre anders, wären sie noch da. Also dann hättest du das Gefühl, du musst dich eher erklären oder rechtfertigen. Ja, also man müsste zumindestens... Wer ist die, die mit uns Frühstück-Papa? Wir haben schon ewig nicht mehr zusammen gefrühstückt, das habe ich mir abgeschminkt. Frühstück war schon lange kein Thema mehr. Es sind Etappenabschiede eben. Ja, ja, ja. Diesen Frühstücksvertrag hat er schon vor längerem gekündigt. Nein, aber man muss natürlich mal ein Wort zu irgendwas sagen oder irgendjemandem vorstellen. Es ist ja nicht nur so, dass man es von den Kindern erwartet, dass die neue Freundinnen oder irgendwelche Bekannten, dass die halt mal Hallo sagen und sagen, wer sie sind, sondern die können das von einem ja auch erwarten. Also wir haben ja wie in einer WG gelebt, mein Sohn und ich. Wenn man davon absieht, dass er seine WG-Pflichten eigentlich nie richtig... Er war immer für Altglas zuständig. Hat er aber nie gemacht. Aber das hättest du natürlich am WG-Abend, den es ja auch klassisch gibt in jeder WG, wo man all diese Missstände dann wirklich auch mal in einer Liste ansprechen kann, hättest du ansprechen können. Ja, man muss ja für einen sehr langen Atem haben. Ich habe dann irgendwann angefangen, das Altglas bei ihm vor seiner Zimmertür aufzubauen. Und er hat es dann fertiggebracht, eine Woche lang mit einem großen Schritt da drüber zu steigen, wenn er aus seinem Zimmer rausgegangen ist. Der war da sehr robust. Ja, aber diese kleinen Pranks sind ja auch immer so die Herausforderung und die Freude gewesen des Zusammenlebens. Und ihr habt ja sicherlich in eurer Familie, nicht nur, weil das bei dir in deiner Literatur immer wieder auftaucht, aber der Humor hat ja einen ganz wichtigen Stellenwert. Und den habt ihr ja auch gelebt. Also allein von diesem Lacher mit dem Mozzarella-Ball oder den Flaschen, das fällt ja jetzt weg. Das fällt jetzt weg, das stimmt. Aber es war auch nicht immer wahnsinnig lustig. Also bei uns war genauso viel Konflikt und Schreierei. Und dann mal für zwei Wochen Kontaktabbruch, weil man wirklich keinen Bock mehr hat, wie in anderen Familien auch. Aber das ist für die Geschichten kein Thema. Und das haben die Leute sowieso alle zu Hause. Und ich wollte immer, dass die nach Lesungen, nach irgendwelchen Vorstellungen zu mir kommen und dann sagen, hey, bei uns ist genauso, nur nicht so lustig. Und wir haben uns das jetzt den ganzen Abend angehört und haben uns vorgenommen, dass wir das auch mit mehr Humor machen wollen. Also dass sie diesen Blick der Lesung mit nach Hause nehmen. Ja, und das ist natürlich ein schönes Kompliment, wenn Leute sagen, klar ist das manchmal total schwierig und null lustig. Und es ist gefährlich manchmal. Oder es ist... Es ist sorgenvoll auch. Ja, natürlich. Es ist auch atemlos, dass man das Gefühl hat, wie schaffe ich das eigentlich alles? Genau. Und man kann das am besten bewältigen, wenn man es übersetzt. Und meine Arbeit ist eine Übersetzungsarbeit. Aber damit muss man ja auch gesegnet sein. Und nicht jeder ist gesegnet mit Humor. Andere bringen ja einfach eine furchtbare Schmallippigkeit mit. Und darunter leiden dann Kinder so lange, bis sie dann ausziehen. Ja, ja. Am Ende erben sie es und sind es selber schmallippig. Und gehen es dann weiter. Aber es gab bei uns in der Familie, also auch in meiner Ausgangsfamilie, da gab es immer diese Form von Humor. Und das war uns auch immer wichtig, dass gelacht wurde irgendwie. Uns war wichtig, dass du heute da warst bei Book Deluxe. Herzlichen Dank mit Elternzeit, Jan Weiler. Dankeschön. Danke für die Einladung. Gerne. Wir stellen unseren Gästen am Ende des Gespräches immer noch mal eine Frage. Wenn oder wie würde der Buchtitel für deine aktuelle Lebenssituation jetzt denn lauten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der würde lauten, frei und ich weiß nicht wofür. Book Deluxe jeden Mittwoch auf YouTube und als Podcast natürlich auch überall da, wo es Podcast gibt. Herzlichen Dank, lieber Jan Weiler. Bitte. Dankeschön. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.